ARD Text im Auftrag von Funk Du Dings mitgemacht Fackeln Ja Ähm Fast Trickstack Hast noch keine Fackeln dabei Hast du eine gepackte Kiste Alter, wir sind so in Chaos-Team, ne? Oh, gut, die Böck Ich hab Paul zu und du Mist reingibst Vielleicht bekomm ich ja von den Zuschauern mal die Info, wo ich meine Herzen hingetan habe Hoffentlich Naja Bestimmt konnte die Antwort wissen, was du dir erzählt Nein, ich hatte zwei Stück, die hab ich halt nicht genommen So So Ich hab vielleicht grad, das war echt scheiße mit dem Dings-Biom Mit dem was-Biom? Mit dem Granit-Biom Du bist ja relativ weit weg Mit dem Spawn-Dy-Fliecher Ja Hier ist doch der Golem die ganze Zeit Ja Ja, vorbei Im Hartmut sind die auch, können die auch nix mehr Plantera gegen die Kämpfe Erst nachdem wir die drei mechanischen Bosse getötet haben Ja Vorher geht das ja gar nicht Ich glaub, ab jetzt spule ich ein bisschen vor, ha? Äh, würde sich lohnen, ja So Dann wird ab jetzt vorgespult Dann kann ich auch eine nebenbei rauchen Ohne dass sie das mitbekommen Hm? Kann ich jetzt auch eine rauchen, ohne dass sie das mitbekommen Jo, mal kurz nachdem können wir jetzt endlich nochmal die Fresse halten Ja Nein Alter Wie weit her der Huck denn bitte Wie tief willst du machen? Äh, da wo ich die Insel eben gemacht hab Okay Und ich denk mal Hier Ja Das passt Oh Hast du den Mining Potion genommen? Nein So Und wie breit willst du das machen? Ähm Weiß ich noch nicht Ich mach dann in die Breite wo ich mir denke wo's gut ist Wo nicht zu können Ich glaub ich geh gleich rüber und baue ein bisschen was für den Blut wieder ab Von was wieder? Granit Damit es ein bisschen wieder weg ist Äh, wenn Granitblöcke, nur wenn Granitblöcke da sind, können auch Granitviecher sparen Oh, die nerven mich grad ein bisschen Weil die nerven mich grad ein bisschen Ich hab's mal oben auf die Höhe circa flach gemacht Wo ich denk, müsste erstmal reichen Okay Wie komm ich da am besten hin, von hier? Oh, geh mal hin auf den Sack hier unten Ach, das ist dieses, wo Granitbio und Pilsbio umeinander wachsen Komm schon Komm Komm Kann ich weg mit raus Wir müssen auch noch nen Pilsbiom bauen, oberhalb, für unseren Pilsimpitzel Ja Ops Und Eisfarm Ja, für Pilze Wollte wir blaue Pilze machen Ich glaub ich denk wieder viel zu groß Mh-mh Für Platteereplastus Das wär Platz über Platteereplastus So besser kannst du hier ausbrechen In Zweifel können wir, dass was dann doch noch zu groß ist Viele benutzen für die Ebenen, wo die F-Tress bauen können Was, diese drei hohen Dinger? Jaja So, hier ist noch Granit So, hier ist noch Granit Ah, habt ihr mich geblendet? Das gibt's ja nicht Ach, mit diesem Dark ist die Waffe Ach, mit diesem Dark ist die Waffe Die Herstylistin fehlt noch Ich hab grad überlegt welche EMPTs noch fehlen Die man schon vor Abmode bekommen kann Hm Die Herstylistin Partikel weiß ich gar nicht, ob die vor dem Hardmode kommen kann Die kommt auch zufälligerweise, ne? Die spawnen zufällig, ja, aber ich weiß nicht, was er Der Punkt ist, der sie, was sie überhaupt mal braucht, um spawnen zu können Ah, ja Ja, die braucht irgendwas, damit sie überhaupt mal spawnen Aber die meisten NPCs, also das heißt alle NPCs eigentlich spawnen ja direkt, nachdem du die Bedingung erfüllt hast Ja Aber das Partikel hat nicht die spawnen zufällig Ich weiß aber nicht, welche Bedingung die hat Ob die einfach nur eine gewisse Anzahl der NPCs braucht, oder Ob du einen mechanischen Boss besiegt haben musst, oder so, keine Ahnung Ob die es noch nicht so wichtig ist Ob die es noch nicht so wichtig ist Ob die es noch nicht so wichtig ist Ja, und jedes Mal darf ich nicht vergessen, die andere Folge auch noch online zu setzen, bevor ich schlafe gehe. Ich so um 1 Uhr so, fuck, ich habe vergessen, die Folge hochöffentlich zu machen. Oh, ich habe jetzt den Bowser-Gib bekommen. Den? Das Ding, was dich im Umgehen Gift macht. Okay. Egal, danke, shit. So, weg mit dem Granitzvalk hier. Meine Posen. Oh, du, ich kann gar keine meine Posen, du kannst gar keine meine Posen benutzen, weil ich die wieder aufgesaugt habe, sie nicht gerade. Ah. Hier. Aua. Oh, das ist angenehm. Hm. Hm. Jetzt habe ich welche gemacht. Ich überlege, ob man die Farm auch direkt machen soll. Also die Piratenfarm will ich schon vorher bauen. Ja. Im Ozean. Weil die ist im Hardmode echt ätzend zu bauen. Ähm, und die Farm, wo wir die eisige Törte-Dings gefarmt haben, die kann man im Hardmode machen. Die was gefarmt haben? Die Schildkröten. Ah. Die kannst du auch im Hardmode machen. Ach, die Schüsse. Okay. Die Wände in den großen Raum abbauen ohne Wings ist echt ätzend. Hm. Wir müssen uns ja belegen, was wir machen mit den Häuser, die wir noch brauchen zum Einstellen. Ja. 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 Wegen Lagerplots. Ja. Wie sagt der, die Häuser weist drin? Wir hätten zwar Platz, um Kissen reinzustellen, aber wir sind nicht da ausgelegt, dass du da viele Kissen reinstellst. Wir sind eh einfach viele Räume ausgelegt. Ich kann es sehen, wir haben jetzt mit dem einen Mal noch keine Platzprobleme gehabt mit den NPCs. Aber ich glaube, jetzt haben wir auch kein freies Haus, freien Raum mehr. Außer dem Turm. Und auch zwei Stimmen, die man einrichten kann. Ich habe den Arm da unten in den Turm einziehen lassen. Einfach, wer das Wasser da unten ist. Mhm. Und ich würde den Magier da noch reinsetzen. Aber das Trittes weiß ich gar nicht, wer wir da noch reinsetzen können. Ich habe mir überlegt, vielleicht den Schneider über die ganzen Kostüme da sind. Und ich würde das Pilzbiom über den Turm bauen, das du in den Turm nutzt. Können wir ja gerne machen. Äh. Und andere Ideen. We? Oder andere Ideen. Ja, müssen wir nur gucken, wie das umsetzen. Nein. Bring' ein paar Verkleid. Oh, Mann. Ich baue mir eine Plattform, wenn ich da stehen kann. Das wird so gefährlich hier, dass man mit dem Boots in die Luft kann zu nicht mehr... Oh. Oh. Komm schon. Ah, attacke. Ne, ne. Oh, meiner Stirn. Äh, fucken, 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 fucken. Er wird nicht lang gefackelt. Hahaha. Ach. Oh, da ist nochmal ein Stern gelandet. Wie viele Meteoriten haben. Ich auch verbesserte Kugeln. Nein. Was war in dem Ding drin, da verfolgt die Eier. Schade. Oh, ich lag grad wieder, oder? Nö, ich geht niemals. Ja, die Kiste direkt mit Zivilon geht im Öffner. Also mir geht die niemals. Ich würde eigentlich auch gern die Arena für den ersten Bots soweit bauen, im Hard Mode. Mhm. Wer der kann theoretisch am ersten Tag schon vorbeikommen und zu angreifen. Über erstmal die Pentara Arena, danach können wir die anderen Arena machen. Ich kann weg das hier. Halt, die darf ich nicht weg tun, die brauchen wir noch für die Crest Blade. Warte. Fucken. Oh, ich hab sogar eine Warhammer-Porschen gefunden, das weiß ich kann mich direkt zu dir zurückbringen. Äh, fucken. Ist die Breite genug? Warte mal, hier ist die Mitte. So. Noch das bisschen mehr rein, ok. Genau. Äh, au, nein. Äh, im Stuff, Kürbiskuchen und Mining Potion. Richtig, ich kann vergiftete Wurfmesser machen. Ich die Bienenstänge dabei hab. Vergiftete Wurfmesser sind übrigens mega effektiv gegen den, äh, Eater of Worlds. Ok. Also, den Crimson Boss. Äh, Corruption Boss. Aber mit dem hatte ich ja jetzt gar keine Probleme mehr. Wall of Death wird easy. Äh, Wall of Flash. As- Erzthaft. Tch, 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 Tch,ch. Aber von der brauchen wir sowieso nichts mehr, oder? was erstmal kommt ewig lang gar keine ist die dritte in folgen es ist jeden tag eine gewesen oder jeden zweiten tag aber wie viel mehr zwei tage waren das nicht mehr tag geht ja 25 minuten also nach der also bevor wir in den hartmog gehen müssen wir ein bisschen warten wegen den folgen ich mache sie jetzt ein bisschen länger aber wir haben gestern fünf stunden heute sind wir schon fast zwei stunden das was wir dürfen vollerflash gar nicht machen wir können alles vorbereiten aber ich will nicht so viel im voraus sein schneller veröffentlichen müssen hätte schneller veröffentlichen müssen ja ich habe gedacht okay wenn wir weil wir keine zeit finden zusammen aufzunehmen ich habe die nächsten wochen auch nicht mehr so viel zeit muss ich sagen welche prüfung hat zwei drei wochen habe ich prüfungen okay ich muss sowieso das heißt ab nächster woche ja morgen spiele ich auch nicht weil morgen muss ich noch einen bericht machen bis Ende des monats und wir haben fast Ende des monats was du machen und berichte also ich werde dann ab nächster woche auch nicht mehr so oft zum das kann ich mir um ist fast erfolgreich zurück gedrängt ich hoffe mal dass das reicht also guck mal auf der map ich hätte vielleicht nicht öffnen so ein paar zum winter war im inventar weg so hoch willst du es machen ja oh fuck ist da viel wasser ich habe unten noch ein reingeschlagen keine angst hätte es gut sich da so ein wasser sie sammeln wir brauchen noch mal später einen zum angeln hier das ist der das ist gar nicht mehr so viel oder ich freue mich ja 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 ja